Im Rahmen der Caridio-Reportagereihe Synergy Between You and I waren wir zu Gast bei Trigema in Burladingen. Mit Synergy zeigen wir, in welcher Wechselwirkung sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer voranbringen. Jetzt im Interview Wolfgang Grupp. Herr Grupp, schön, dass wir hier bei Ihnen in Burladingen sein können. Aktuell ist in den Medien von einem bestimmten Billigtextilhändler die Rede. Sie müssen natürlich selbst verantwortlich entscheiden, was Sie brauchen. Und ich habe nichts dagegen, wenn einer sagt oder eine junge Dame sagt, sie möchte in einem Disco ein T-Shirt zwei-, dreimal anziehen und dann braucht sie es nicht mehr, dass es dann auch entsprechend billig sein muss. Aber wenn sie im Prinzip sagt, sie möchte etwas länger tragen, dann ist natürlich Qualität angesagt. Und das ist unsere Chance, nämlich für unsere Produktionsarbeitsplätze am Standort Deutschland. Hier müssen wir Qualität produzieren und das ist das, was ich seit Jahrzehnten tue. Keine Billigprodukte, sondern Qualitätsprodukte. Dankeschön. Nun im Interview Lea Beiler. Weshalb haben Sie sich für die Ausbildung hier im Haus entschieden? Ich habe hier ein Praktikum gemacht und dann habe ich auch gemerkt, dass ich mich hier echt wohl fühle, dass ich mit den Leuten auch gut klarkomme und dann habe ich mich bewerben und zum Glück wurde ich dann angenommen. Wie haben Sie den Weg hierher gefunden? Ich habe mehrere Bekannte hier im Betrieb und die haben mir das echt empfohlen hier, auch weil es in der Nähe ist. Was spricht dafür, sich hier für einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz zu bewerben? Also ich finde es hier spannend, dass man die ganzen Arbeitsschritte mitkriegt, was hier wie ein Oberteil oder allgemein Klamotten zustande kommt. Es wird einem auch viel Vertrauen und entgegengebracht, dass wir auch selber mal selbstständig arbeiten können. Dankeschön. Synergie wird hier bei Trigema richtig verstanden und täglich gelebt. Synergie, Trigema. Sie mögen Ihre Arbeit. Melden Sie Ihre Firma gern für einen Filmbericht bei uns an. Caridio Image und Eventfilmproduktion